recht herzlich willkommen auf meinem kanal wir sind in einem neuen vorgestellt und zwar garbage und zwar ist das die vorschau glaube nummer vier bin ich mich nicht täusche aber bin ich mir nicht sicher er läuft schon wieder los und macht ein bisschen was für seine muskeln das ist ja auch gar nicht verkehrt das soll er mal tun wir sind ja letztes mal mit einer niederlage ausgegangen und müssen jetzt schauen wie wir da weiter kommen dann würde ich sagen machen wir jetzt mal hier ein bisschen power zwei tage 16 stunden bis zur nächsten invasion da müssen wir jetzt mal schauen dass wir da ein bisschen auftanken alles klar würde ich sagen wir sehen uns nach dem intro so da stand jetzt blutmond gerade ich weiß nicht was der blutmond sagt aber ist alles rot auf jeden fall es ist ja so ein roter mond aber was das hier im spiel bewirkt ist die andere frage da bin ich mir jetzt nicht sicher er trainiert auf jeden fall ordentlich und hat ein level up glaube oder 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 mal skills schick auf den taschenbottom und was soll ich jetzt sagen klicke auf den fähigkeitbottom ja das will ich doch machen level 5 ich wollte schon ein skill jetzt hier machen ne der ist jetzt am pennen dahinten wo kommt denn der skillbomb der war doch immer da oder ja dann weiß ich jetzt auch nicht er macht auf jeden fall schon wieder power sonne geht auf das ist die auftrage ja klar wie komme ich an die skills bitteschön dran er macht das hier jetzt gerade nicht ja zurück zum menü nein ich will hier bleiben ich will einfach hier die skills machen aber klicke auf den fähigkeitsbutton ich komme da leider nicht rein ausrüstung geht auf tasche ist klar aber skills gehen hier auf das macht er von alleine erschöpfung und unterernährung essen ist ein thema aber nix gut aber ich glaube wir gehen jetzt mal hier auf die karte gucken vor ort waren war garbage zu hause ist hier und die lagdrevenue ist unser ziel und anders kommen wir auch gar nicht hin so jetzt müssen wir noch mal kämpfen sprengen und tritt zweiter atemzug und knie so auf geht's jetzt habe ich ihn besiegt ich habe plastik gekriegt und hier ein maler overall ok so das ist jetzt der bereich den wir geräumt haben rapunzel ich warte auf diese blumen ok das war erledigt engie etwas kleingeld ne der war es auch nicht hier er war das quest completed du hast den quest spekulatel abgeschlossen hier ist deine belohnung jetzt habe ich geld gekriegt glaube oder dieses geschenk für alle mühen haben wir jederzeit wieder für warme hotdogs hey wie geht es mit deinem ersten kumpel du hast doch einen warmen hotdog da gibt es da ja klar ich brauche warme hotdogs was ist denn mit ihm jetzt hier der beruf ein um den zu rekrutieren der will sich anschließen ja machen wir ne oder jetzt trainiert noch einer mehr dann hier kann sie etwas bauen auf jeden fall noch eine übernachtungsmöglichkeit oder karton box matte einfaches bett nicht genug ressourcen wo schläft denn der dann also er kann ja erstmal hier trainieren jetzt gerade gehen ok jetzt kommen irgendwelche truppen oder wie sehe ich das was passiert jetzt dass er hier weg ist ich hab den verloren weil er nicht mehr zu essen hat oder was das könnte natürlich sein oder jetzt geht er da hin zu den schlechteren spieler gekriegt ja das ist natürlich etwas schlecht ne weil wir hätten da einen hotdog kaufen können aber ich weiß nicht wie ich da dran gekommen bin ich hab doch geld gekriegt reicht das nicht für einen hotdog er kann doch hier nichts oder ich krieg auch den skill baum nicht mehr ich glaub da gab es ein update und das hat es mir jetzt versaut oder was mach du mal da weiter ja fackel gibt's nix hm kannst hier etwas bauen ja kann ich aber nicht jetzt gehe ich nochmal zur electric avenue ich will alles für eine kleine mahlzeit geben aber ich habe keine mahlzeit Schlüssel brauche ich dafür sie kriegt noch ein paar blumen kann ja auch noch nichts machen hier habe ich jetzt aufgeräumt eigentlich ne ja bringt mir hier nichts da kann ich tauschen und hier kann ich noch die quest beenden das heißt ich kann jetzt auf den spielplatz gehen ne da gibt es ein filmchen den wir leider nicht sehen können weil proton das nicht rüber bringt ist aber auch nicht so schlimm ne alles nehmen ich muss diese blumen angucken nimm sie nicht ok wir haben jetzt nichts außer diesen einen tritt hier was ist das hier zerschmetternder schlag ok mehr kann ich nicht ok den habe ich k.o. gehauen das war jetzt nicht so schwierig hä ich habe den kampf verloren war echte dicke eigentlich nicht oder ok dann schlafen wir wieder aus ok erholen uns gerade hier ist eine feuerstelle die können wir tatsächlich bauen hier ist ein topf aber ich habe kein rezept so jetzt ist er fit ich baue mal die feuerstelle oder kleine fackel bauen pflanztopf kann ich auch nicht machen pflanztopf hier gibt es jetzt nichts was ich bauen kann was mir was bringt oder ich mache jetzt die feuerstelle so jetzt gehen wir mal eine feuerstelle bauen hier zack er geht erst pennen ich weiß nicht was das ist keine ahnung ich muss jetzt erstmal fit werden wie wir sehen die kommen in sechs stunden das bedeutet ich kann hier noch gerade das ding ins bauen er geht duschen ok wenn er geduscht ist gehe ich mir ja willst du den kleinen zäpfchen teilnehmen ja was soll ich kennst du sie nicht mit papier kann ich ja nur repair for fight so ich habe keine ahnung was ich tun kann oder nicht tun kann aber ich muss hier was gucken da wird es ja jetzt mal draufschlagen dann ab gewährt oder habe ich nicht geschafft da ist nichts drin bestätigt wir sind wieder hier können uns wieder erholen hat nichts gebracht einen tag ok wir haben jetzt diese option dazu bekommen sozusagen hier sind jetzt eine stunde dann ist das gleich rum dann kommen die anderen hier wieder hin müssen wir mal gucken wie wir das noch geregelt kriegen oder ob wir das geregelt kriegen wir müssen auf jeden fall hier fit werden jetzt ist er da da kommt der kampf kämpfen kämpfen fight ich klicke es passiert aber nichts da weiß ich auch nicht jetzt habe ich Plastik verloren jetzt geht er wieder pennen läuft oder so ganz geheuer ist das nicht ne also hier können wir die Fackel noch bauen hier können wir das Lagerfeuer bauen ja Skills kann ich nicht rein funktioniert leider nicht Skillbomb ist kaputt zurück zum Menü nein ist das hier nein schade jetzt geht er wieder trainieren er soll aber hier das Feuer eigentlich bauen fehlt uns da jetzt was ja irgendwie weiß ich auch nicht hieß gerade schlecht ne mit dem Update was da gekommen ist aber ich glaube ein Update ist es jetzt leider hier irgendwie nicht mehr so toll am laufen ich wüsste jetzt auch nicht wo ich hier noch irgendwo ne hier kann ich nichts machen hier kann ich auch nichts machen Feuerverlust keine Ahnung hier kann ich die Fackel das war eine Fackel aber füge dem Feuer weiteren Treibstoff hinzu ok und da kann ich das auch machen toll und dann bringt mir das was kann er sich wärmen habe ich zwei Feuer die mir aber nichts bringen hier ist leider auch nichts machbar gut dann haben wir das erstmal soweit geklärt das heißt wir gehen mal hier hin gehen nochmal auf den Spielplatz und gucken ob wir da was holen können das Video sehen wir wieder nicht da können wir jetzt was looten alte Pizza alles nehmen da gibt es noch ganz viele Sachen alles nehmen da ist ein Regenschirm da gibt es noch mehr Loot hier gibt es eine Quest Verzeihung wir brauchen ja Hilfe bitte dieses stinkende Mist er erlaubt uns nicht hier zu spielen und er hat unseren Ball gestohlen ok ja hast du hier irgendwelche Flaschen gesehen ich höre wirklich alle diese Kinder jetzt muss ich kämpfen den kann ja sowieso wieder nichts abgewinnen wahrscheinlich ich kann jetzt auch nicht abhauen oder sowas ich kann nicht weggehen ich krieg den auch nicht runter gehauen oder doch ich hab ihn K.O. geschlagen endlich hab ich es geschafft ok es gibt ein Essen und den Ball das ist schon mal gut so jetzt kann ich der Kleinen hier den Ball geben die gibt mir was Tomate Tomatensamen Tomate und das erste Papier oder was ok ok was ist das Elmo stärker Trainer stärker Trainer ok kostet mich über 5 habe ich nicht Israel Satanisten machen Jagd auf eine Schwester sie wollen ihr kostbares Boot weil sie eine Jungfrau ist hm kann ich hier noch irgendwas entdecken ich glaube nicht ne da kann ich kämpfen er muss sitzen um zu existieren hier sind die Blumen die ich haben will dafür muss ich dann jemanden kaputt machen ja ich denke wir gehen jetzt erstmal nach Hause und schauen dass wir hier weiter kommen er ist auf jeden Fall gerade was das ist schon mal gut und dann kann er erstmal pennen gehen und dann würde ich sagen sind wir hier erstmal durch und ja ich würde sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine Ahnung habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt damit wir das nächste Video hochladen gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Vorschau bis dann Ciao 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 Vielen Dank.